Roll, 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 roll. Nein! Nein, so macht man das. Du warst so slow, dass mich verwirrt. Aber der Weg halt auch wieder echt nicht so lang ist. Alles was dazwischen ist, selbst sie kann überrennen, die Skeletor. Ja, schein davon halt, ja. Ja, meine Zwischenhöhle meines Fingers, was? Zwischenhöhle meines Fingers halt auch. Zwischenhöhle deines Fingers, nur so. Upsa. Katakomben sind Spaß. Katakomben freuen uns. Ja. Gestern hab ich geguckt. Ich glaub da ist aber nix in dem Raum. Warte. 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 Ja, legen unsere Seelen. Das ist ja cool. Dann werden wir zumindest unsere Seelen nicht verlieren. Da gehts wahrscheinlich auch weiter. Ist noch verschlossen oder so. Ja, kann man vielleicht auch nicht öffnen. Alles gut. Was steht da als Tipp? Sind los. Okay. Okay. Nächstes Tipp dann. Ja, das ist einfach. Wie auch immer der hier drin gestorben ist. Geil Name. Der hat glaub ich ein bisschen AFK. War so mein Tipp. Das wär auch so, wenn der Roboter nicht gewechselt hat. Da war uns halt wahrscheinlich legit. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon AFK ist. Ja. Ähm. 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 Ohja. Die Heelme kannst du auf jeden Fall auch anvisieren. Naaaice fast. Ähm. 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 Äh. Ohren. Hä. Okay. Hä. Ist vielleicht musst du die... die Dings treffen in der... Ähm. Äh. Äh. Hä, ist wirklich nichts passiert? What? Ich hab gewusstet. Also, krass. Du sollst es einfach nicht irgendwohin davon kommen. Ich bin blöd. Okay. Das ist, glaub ich, wieder ein Boss, den du erst verstehen musst. So wie der Baum. Da bin ich irgendwie... Scheiße. Vielleicht kann man hier vor der Kuh laufen. Vor der Kuh laufen. Warum sind wir so ganz, dass wir da nicht herkommen? Du musst ja nie mal erst direkt den Pott verschwinden. Dann. Ich glaub, du kannst eventuell vor die Kuh laufen. Schön, wenn du bist. Ich glaub, hier holt sie sich ein. Vielleicht. Bei der Weg mal Zeit unter anderem. Könnte es einer Physikmann haben. Der gute Physikmann hat ja immer in Physikunterricht geschlafen. Cool, hab ich die 5 bekommen. Warum? Ja, weiß ich auch nicht. Eigentlich hättest du die 6 verdient. Nein, ich war da. Es wird nicht wenigstens die 5. Warte, bringt halt so runter drauf. Ja. Jo. Fugst du nicht, du bist wahnsinnig. Ach mein Gott. Okay, also den Boss müssen wir erstmal wirklich verstehen. Wahrscheinlich muss man halt wirklich erst die Hände über diese komischen Armweifen schlagen. Mal schauen. Wahrscheinlich musst du erstmal die Hände abschlagen. Irgendwie. Oder irgendwas ist da noch in dieser Area drin. Keine Ahnung. Ich glaub, das hat's nicht zu dicht zu ihm laufen. Das macht irgendwie... Entweder ist ein... Ne, ab und weiter nicht. Okay. Ich frage mal versuchen. Alter, der dauert ziemlich viel Leben. Wenn das 55er Hand ist. Ach, der überrollt dich einfach. Wahrscheinlich, oder? Das hat er vielleicht bei mir gemacht. Oh. Alter, das ist doch ein Scherz, oder? Irgendwas müssen wir doch noch nicht... ...begriffen haben. Ich weiß nicht. Das ist doch... Das ist doch ein Witz! Ist das jetzt hier so ein Way to go, Lander? Ah, die Legi da kommen. Oh! Uh! Okay. Das ist ein Way to go. Stirb. Heißt du jetzt? Am Reif Teil. Er hat schon wieder da den komischen... Was wird das mal mit sich an, oder? Gutes Auto oder so was. Ja. Aha. Was soll ich sagen? Ich muss mal kurz die Seite wechseln. Ey! Der überrollt dich einfach, oder? Der überrollt dich einfach. Dann müssen wir ganz, ganz gut auf der Zügel rennen und... ...die Armbänder kaputt halten. Ja. Okay. Ich glaube, alle drei Armbänder ist auch schon tot von dem dort. Glaub ich. Auch so der hat im zweiten Raum... Ich stelle... Testen jetzt... Dumb 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 dumb. Dumb 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 dumb. Na, es schafft nicht, warte. Vielleicht, etwas? Vielleicht? Vielleicht vielleicht. Ah, da stehen die anderen zwei Ratten jetzt nicht wieder am Weg. Scheiß drauf, können einfach anderen vorbei laufen. Nein, 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 da hat er die Karate gemacht. Okay, also wenn er dich nicht überrollt, ist er machbar. Dann ist die Karate immer noch hinter dir. Oh, statt schon. Ei, was geht? Oh shit. Hallo? What? Die Ratte, glaube ich. Alter, der hat da so ein ekliger Eiter holen. Da kommt ihr auch nicht durch, oder? Ei, Ratte, was geht? Das ist lustig. Ja dann. Ich weiß nicht, ob ich eventuell... Was sind denn Dinge? Aber sicher nicht. Was machst du denn? Wo bin ich hier? Du bist in dem... Na halt. Da sind die Arme, ne? Zwei Schläger hast du getroffen. Drei, vier... Zähl mal die Schläger nicht. Fünf, sechs... Aber ich glaube du hast unterschiedlich getroffen. Ja, von unserem drinnen jetzt teilweise schon. 4500 Schaden. Ich glaube der Junge ist denkig. Ja, ich glaube auch. Wo ist deine Hand? Da. Nur... Nicht so schnell nach vorne zu stehen. Warum hat er sich jetzt so schnell bewegt? Weißt du nicht. Das tut er ganz sicher nicht. Aber du hast doch legit nur sein... Handgelenk. Alter Schwede. Ob das die Musik nicht laut ist oder so? Jetzt müssen wir mal kurz den Seitenwetzeln hören. Ob ich springen würde? Ja, ich weiß nicht. Ich springe, aber ich weiß nicht. Wie weiß ich auch so, weil ich will. Da musst du aufpassen. Führt nicht zu nah an dem Körper. Na, kroll doch nicht in die Beine! Dust du denn? Oh, nein. Du Hurensohn! Krollst in die Beine! WTF? Stupid. WTF? 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 B respekt! WTF? WTF? B うm! WTF? Das ist so wie die Anna Jones füllen, Alter. Okay, also wenn die doofe Ratte mir da nicht den Weg versperrt wird. Du musst die Russrat an. Ja, nice. Das hab ich gemacht. Okay. Das ist doch echt... Ob man eventuell links anfangen sollte? Eventuell ist einfach links der schwere Armband und die Rechtszieher sind ziemlich easy. Genau, klar aus. Versuch mal, ich fang mal links an. Guck mal, ob das besser geht. Wahrscheinlich ist einfach der Seitenwechsel das Problem. Okay, der Pod ist sowieso relativ. Also du bist tot und du lebst so. Ja gut. Das heißt, das was dich tötet, ist echt das? Aber ich traue noch an. Der wird bestimmt auch wieder so ähnlich wie der neben dem Stück. Wahrscheinlich wird er wieder eine zweite Form haben. Ja. Ja. Never lucky. Du bist so fettig, ja? Nein. Vielleicht ist die linke Seite ungeweilt. Ja, aber das Ding ist, wenn wir jedes Mal die rechte machen, bevor wir die linke machen, dann ist das herzlichen Nix. Herzlichen Kupo-Druck, wenn man so ist. Dass sind bleibli. Dann tun wir komisch. Ich fange. Oh, wie inflammatory. Das ist eklig Zeug Wer ist das, der schon seine Zeit von vorne präscht? Na nicht Nee Vielleicht nicht, komm doch mal hier, hier, Ärmchen hier hin Na nicht, not quite Der Bait einfach mal da hinzugehen und dann Was macht er? Das sieht nicht aus Ja, er hat einen Fisch gespauld Aber für sterben die jetzt? Äh, die sterben auch Oh, ganz hoch Das ist doch so Wer hält das denn aus? Was sonst? Ich bin zu Agnus, die geben sich erstens aber nicht weg Doch Hochfürstet wurde nie mehr Well now, that was easy Das war echt jetzt nicht so hart Das war los War das jetzt echt ein Fisch? Ja ne, das Der auf dem Arsch, das könnte ich jetzt Ah, das ist der Kölsch, oder? Das war jetzt ja unten Mhm, widescreen Mhm, hell Und so, da sind wir da oben Das war jetzt echt nicht so hart Natürlich Der spawnt ein paar Duts und dann killt er sie uns dann wieder Ah, das ist jetzt geht die Todor auf Und da kam dann letztendlich noch mal irgendwo da, oder? Oder ist das alles Alles gut Ich hätte mal ja sehen Mal sehen müssen an der Dunkelheit, oder? Ich weiß nicht was, Alter Hab wir doch schon auch ganz gesehen Als wir mit mir Fassig weggekommen Von bis zum Tag Also es war ja innocent da, meine Damen Ja Ja, wahrscheinlich so ist es nicht mal runter Wahrscheinlich Ich weiß nicht Ich will sehen an uns das genieb gar keine Ich glaub da sind es nicht tausend Ich glaub da sind es nicht tausend Nee, kann man nicht mehr 2 Level, jetzt sind wir noch 3 Level im Groen Ich spink's mal kurz, ne? Level oder 1 Level verlieren, Level Wenn jetzt raus ist, tut mir cool, ne? Ich geh glaub ich trotzdem erstmal da hin Ach Level ist glaub ich ein Plan War das jetzt ein Fürst? Ich kann mir jetzt gar zu schwer vorstellen Ich kann mir jetzt gar zu schwer vorstellen Da war der viel zu einfach Hochfürst, ein Volnir Es war kein Fürst Aber es war kein Fürst, ne? Es war kein Fürst, ne? Keiner hat dann noch Irgendwann ein Dings für gehen Keiner hat dann noch Oder Roll Oder Seele ist Rollsgruder Oder Hochfürst, Volnir Hochfürst, Volnir Hochfürst, Volnir Oder eigentlich Hochfürst, Easy Der hat dich, also der konnte dich halt überrollen, so Das war alles Ende der Geschichte Der dicke Überrollboss Wahrscheinlich wird das dazu noch nicht reichen Wir können auch gucken, was die Olle jetzt da jetzt verkaufen Ja, stimmt Nicht, dass da ein dicker Schlüssel dabei ist oder so Ja, Schatten war schon Ja, Schatten war schon Gratis Lass das, ich hoffe nur Ja, kaufen Ja, kaufen Ein paar neue Kloten Ja, also Leute Ja, hm Die Klogen rufmacheten Kartus Rot Was jetzt Kartus Rot bringt? Das hier links Das Rote Fügt der Rechner an Okay, wir sind da Dunkel Mhm Wollen wir das? Wollen wir das Krone? Ja Äh Äh Ah ja So kühl Kleine Lidarnitchen Nice Nice So kass, nice Jetzt haben wir auch noch einen unendlichen Ja, da bin ich ja Vorrat von Dings Ich hab's ja legit nichts wirklich dran bekommen Also, ja Nur so nutzloser halt Oh mein Gott, was ist das hier eigentlich? Kann man auch noch nie so durch Ja, ja, ja Warum wird das eigentlich immer teurer? Ich weiß nicht, ich weiß nicht was sein soll, Alter Ich hab auch keine Ahnung Ich hab auch gar nichts zu googeln Naja, ich auch So, wir wollten auf jeden Fall mal Konditionen da Das reicht mir denn genau nicht Oh, wir werden 2000 sehen Was ist das? Oh Gott, Mann Ah mein Gott Wie sagtest du 2000? Nice Vielleicht brauchen wir 2001 Okay Okay Ja, und jetzt? Keine Ahnung Ja, bin ich alles auf Geschicklichkeit, verdammt? Alles auf Geschicklichkeit, wir sind bei 27 Keine Ahnung Was haben wir denn sonst noch so vor? Zwei Ah, meinte, Belastbarkeit macht Sinn, Vitalität macht Sinn Alles andere ist Ja, Leben haben wir genug Auf Geschicklichkeit, auf Belastbarkeit, irgendwie so was Wann auch mal auf Konditionen, easy Hm Seid eigentlich Ich mach doch mal Ich mach Schaden Niemals Zwei Ausdorben Ja Ich glaub das war Zumindest ja in den Spielen Davor hat sich das sowieso Immer nur erst gelohnt Bis Level 20 zu spawnen Ähm Ich kann's mal kurz gucken, was das für Waffen hat gekauft Hm? Welche? Achso, ja, stimmt Ja, stimmt Ja, stimmt Ne, das Ah, nein, ein Götter Ah, du Achso Auf jeden Fall wurde das Zeug dazu bekommen So, war das Schluss Ne Noch eins, noch eins Nein, nach links Das So, das hier Schwarze Schwange Okay, und das Schwert da unten Das hier Ja Was macht sonst? Götterzorn Hm, ziemlich cool Ähm Was kann das? Also was, ähm Raffern? Ähm Ähm Da brauchst du Felsfeier 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 Kurz oben raus Wie das nächste Gebiet aussieht Und wenn das wieder nach Kerns aussieht Würde ich sagen, morgen war heute Schluss Gute Idee Weil Langsamer Sicher Alles was Kerzen Nicht wie die grüne Wiese Ja Es ist ein Kernzergebiet Gehen wir erstmal dann davon aus, dass das ein Kernzergebiet ist Gott Hier haben wir irgendein Tausendes Hand Jesus Christ Jesus Christ Jesus Christ Kann mal gucken, was die, was die Nachricht sagt Fuck Nicht voraus, Illusion Nice Hätt ja sein können Der, 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 der doppelte Verarscher trick hier So, was haben wir hier jetzt Irgendwas Das ist die fröhliche Blumenwiese Oh Das sieht so wirklich sims aus Ach Nordventil Yay Hier wollten wir laufen, oder nicht? Ah, hier ist ein Leuchtfall Wir wollen das an das Dienst da Guck mal an den Himmel Awww Ich dachte, ich hätte das mal irgendwie cool Das ist halt doch ähnlich, mit Polarlichtern, oder? Ja, dieses Schimmer die ganze Zeit Ja, genau Das ist ziemlich cool Ein cooles Gebiet Aber ich würd sagen, wir machen trotzdem Pause Weil, also ich bin fertig Wenn man so vier Stunden gemacht hat, ey Danach weiß man wirklich, was man gemacht hat Insbesondere, wenn man durch Huren so Gebiete wie Katakomben und Sümpfe durch Äh, das ist fucking Oktopusse Ja, da sind wieder viele Fische Also man kann doch nach unten Das sieht wirklich mega neust Ja, das sieht echt schön aus Das ist cool Freu ich mich hinaus das nächste Mal Aber wie gesagt, jetzt ist es erstmal Bis zum nächsten Mal Und tschau 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 Tschau